Der Kinderschub-Kund freut sich auch wieder ganz riesig auf das 11. Landauer Entenrennen. Wir hoffen auch auf schönes Wetter, gerade beim Verkauf der Enten-Urkunden, dass also hier in Landau wieder fleißig gekauft wird. Letztes Jahr hatten wir ca. 2.500 Addition-Urkunden verkauft. Das möchte man natürlich dieses Jahr wieder steigern. Vor zwei Jahren waren wir ausverkauft. Also dieses Jahr sollten wir also die 4.000 Marken wieder knacken. Das Entenrennen ist eine tolle Aktion in der Landauer Innenstadt. Wenn es dieses Rennen nicht gäbe, es müsste echt erfunden werden. Ich lade Sie herzlich ein zum 11. großen Landauer Entenrennen, einem Event für die ganze Familie. Es gibt schöne Preise zu gewinnen. Und mit dem Kauf einer Adoptions-Urkunde eines Loses unterstützen Sie den Deutschen Kinderschutzbund Landau-Südliche Weinstraße. Am 29. April, 14 Uhr, Stadt an der Quai hier. Entenrennen am 29. April! WBlue! Twins3 ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020